Willem der Foof Oh komm, das ist bestimmt witzig, komm Save at first Foof Das ist das Foof, oder was? Oh nee, oh nee, jetzt, oh Jetzt bin ich wieder gezwungen, mich über Behinderte lustig zu machen, oder was? Aber was ist denn Foof? Ich versteh nicht ganz... Hä, was hat denn Foof jetzt dazu beigetragen? Die Zukunft ist da, Leute Es gibt jetzt eine App, mit der man Start und Stopp machen kann und die Zeit nehmen Okay, ein Abonnent Das hat mich Ah, guck mal, alte Menschen, über die darf man sich lustig machen Scheiß auf Uwo, Foof ist der Shit Foof-Fighter Hahahaha Makes working out And physical fitness Fun That takes the work out of work out That takes the work out of work out Alter, das ist ein Satz, der wird in die Geschichtsbücher eingehen, Leute Foof hat keine Rezensionen Alter Alter Ist das das Foof? Ach wirklich Bam Kennt ihr das? Ihr lauft nachts durchs Haus und stößt durch euren Foof Das ist so schlecht, Alter, das ist echt so schlecht Foof, Foof, der Fitnesszug Foof out of Foof Try to take the work out of the work out Absolut Foof Tick Tippe ich Foof 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 Gänger Übergang ist auf der Straße gegenüber Das ist so eine dumme Scheiße Kinafu Freef Alter, ich kann das überhaupt nicht aussprechen Ich schaff das überhaupt nicht Kianu Freef Alter Ich muss ja noch nicht abschinken Abschinken Ey, ohne Spaß, das macht mein, das macht mein Sprachzentrum völlig kaputt Re-w-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f Foof Foof Mag drum ins Hirn matsch Das ist halt wirklich so Leif-Schlag-Anfall Fu Alter, das macht mich so fertig, Mann Das macht mich echt so fertig Foof-Kochima Frifling Trifling-Mether Meta Alter, Leute! Was ist denn los? Mein Hirn zerfließt, Mann Corona-Fufus. Alter, Leute. Könnte mal einen neuen Zartfufa. Ach nee, das ist nur für iStore. Ach Gott, Alter. Ist das nur im Apple Store, oder was? Alter, Leute. Mein Gehirn. Goofy und Fufy. Das ist alles so eine dumme Scheiße. Mein Hirn stirbt, Mann. Hau du Fufa. Ah, Fuf-Book. Five reasons to take your autistic child to the pool. Ah, der Witz schreibt es mal alleine. Wie ich gerade Goofy schreiben wollte, mir gerade einfiel. Was? Alter. Es vernichtet mich, Mann. Warum grinst diese Frau so seltsam? Wenn ich sowas lese, die hätten zu dem Produkt mal ein Fuf-N-A machen sollen. Oh Gott, Alter. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht umschreiben, aber es ist echt, als würde mein Gehirn davon überlastet werden. Game for the Fuf. Stay for the Fuf. Fuf is live. Fuf is loof. Alter, lauf. Ich kann nicht mehr reden. Die App kostet am Anfang zehnmal Fufzig. Ah Gott, Alter. Was ist denn das? Hey all, I was watching Saving Private Ryan today with Italian subtitles. And when someone said Fuba, the subtitles translated as Fuf. I was wondering if anyone knew what the acronym stood for. Wir wissen, für was es steht. Antwortet ihr Marvel, Mann. Oh, da musste ich mich aber reinlocken, Leute. Alter, ich kann es mit Facebook machen. Das ist großartig. Yes. Facebook hat einen Nutzen. So. Fufi, Fufi, Fufi. Okay, na gut. Habt ihr schon den neuen Fuba-Sentfu von Fubel geschaut, Alter, Leute? Dein Diablet, was? Hält vor allem auch groß geschrieben, Mann. Was ist denn nur los? Das ist doch immer noch falsch. Warte mal. Warte mal. Disabled. Das sieht jetzt übelst komisch aus. Deaktivierte Menschen. Ah, ist das dumm. Michael Fufbender, Fuf, David Fitz, Konfuf. Das ist alles so dumm. Also mittlerweile ist dort ein Restaurant. Ach. An der Adresse, die die Fufs hatten, oder was? Die Contact Fuf? Fragezeichen. Willem Dafu. Fuf, she's welcome. Ich schicke das jetzt erst mal ab. Ruf an, frag was mit dem Fuf passiert ist. Hallo, ich bin Roman von Deutschland und ich frage mich über Fuf. Sie kennen Fuf? Sorry? In your restaurant, there was Fuf. Do you know Fuf? Yeah, before there were your restaurant, there was Fuf. Do you know the guys? Where are they now? What do you mean? I don't understand. Before, you have a business now, where you are right now, in the restaurant. Yeah. And before that, there was a movement, a Fufment, to do sports with disabled people. Where are they now? The Fufs. What is that? A Fufment. The people that were in your building before you. Fuf. Okay, just if you want to come to the restaurant and talk with us. I'm in Germany. I cannot come over. I don't understand, what are you talking about. The guys that were in your building before you were with your restaurant in that building. Yeah. It was Fuf. Do you know Fuf? No, I don't know. Okay, have you contact to the people that were in the building? Fuf? Yeah. Yes? No, no, no. Can you give me the telephone number? No, no. What you are going to talk, I don't understand. Then how can I explain you? Okay. Yeah, okay. So, it seems like you can't help me. Sorry? It seems like you cannot help me. No, I don't understand. Then how can I help you? Yeah. Not at all. But thanks for trying. Thank you. Yeah. Bye. Fuf. So nah war noch keiner von uns an Fuf. Ganz knapp. The Fuf. The Fuf. The Fuf is on fire. Das ist auch gut, Alter. Puh, Alter. Ich kann echt nicht mehr. Mein Hirn ist Matsch. Mein Bauch tut weh vom Lachen. Meine Stimme kratzt. Alles ist super. Watch Dogs, kauf dir Watch Dogs. Das neue Watch Dogs, das kommt raus. Watch Dogs, kauf dir Watch Dogs. Die Kaffee wird dein Kaffee-Schmaus. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020